Wir sind heute hier auf den Reitertagen in Mitwitz. Hallo, ich bin die Veronika Müller, bin 19 Jahre alt, komme aus Detta. Wir sind hier in Mitwitz, es ist ein sehr schönes Turnier, ich komme immer wieder gern hierher. Und ich reite heute im Hinterlangen Est die Fortuna und trainiere natürlich beim Andreas Brenner momentan. Und zurzeit klappt es ganz gut und mal schauen, wie es läuft. Come on, move your body.